Deutschland steht zusammen gegen Recht, das ist die Botschaft für diese Wochenende. Über eine Million Menschen, das ist die Straße, die haben hier in Berlin-Manns über 350.000. Und es ist klar, die Mitte der Gesellschaft stellt sich gegen die AfD, stellt sich gegen rechte Hetze. Mit den Verfassungszeiten der AfD darf ich niemals irgendeine Form der Zusammenarbeit geben. Das müssen alle demokratischen Parteien jetzt wissen. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Die Musik dazu. Hey, so schlecht bin ich nicht, dass du mich abdrehen musst. Weiß man nicht! So, deswegen, hier hinter mir haben sich alle, hat sich der gesamte Kirchenkorb, der sich geflaut hat, versammelt. Und ich lasse hier einmal den Text gerne an euch weitergeben. Der Text ist, wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Und auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. So, und ich hoffe, dass mein Kinderkorb das mit mir jetzt wunderbar hingekriegt und dass man uns einigermaßen hört. Okay, dann haben wir jetzt, genau so. Bodo, gib mal alles hier an den Technikassismus. Wenn, dann grummeln wir alle gemeinsam. Alles an? Hallo, willkommen! Die Bands bitte aufstellen. So. Und die Melodie werdet ihr alle kennen, denn haltet sie nah am Herzen. Es ist ein Lied, was christliche Werte eigentlich vermütigt. Und es geht drum, ey, christliche Werte sind auch Liebe deinem Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, Liebe können wir hier noch und nöcher verbreiten, vertreten, denn Liebe ist das, mit dem wir dagegen halten. Erdreut leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wer hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020